los haben wir wieder in riem ja ich bin immer ja also was ist immer ich bin jetzt im mg plus und ich habe per zufall gelesen von einer talisman der sich geflügelte schwert insinien nennt bestimmt die verrottende und mili sind es gibt noch einer ich habe komplett die höhle übersehen hier die stillwasser höhle bei der seeklippe komplett weg habe recherchiert dann mit google captain google ja ich möchte nicht wissen was ich noch alles übersehen habe also du scheiße ich habe in irgendeinem video mal erwähnt dass ich so fühlte 80 prozent entdeckt habt jetzt momentan bin ich bei gefühlte 40 oder 45 prozent okay ich war das jetzt so weil ich man nimmt es jetzt aber nur auf weil ich nicht viel mitnehmen will und muss sehen was uns da erwartet das wesentlichen ich weiß bloß dass es hier diese geflügelte in insigne geben soll und das ganze gebiet ist voller giften also das nicht so aber was will ich machen und dann geht es mal neu mal gucken was da ist ich habe nur noch einer und das ist ganz schlecht wo und und dann war dann nicht so schwer an rein folgen wird da nicht viel bleibt gut haben wir die jetzt wenn ich nicht in der fülle ne ne ach du scheiße was soll es denn geben und dem 10.000 kasse dann noch was ja wo ist ein tiefschwert in ziehen muss der kiste sei dann oder die geflügelte steht ja die ohne flügel nicht zum eingang was soll ich noch am eingang ob der die oder hat es normalerweise sind die sache doch in der nahe kiste oder ne ich habe wieder klick ab an der droppe die nur alle fünf uhr ach so wo soll ich denn jetzt nur mal herkriege so schnell da habe ich die jetzt kriegt und habe sie weg gedrückt vor lauter vor lauter niggi lauter moment ja guck mal vor lauter angst die müsste dann auch bei der bei der anna dabei sein oder ne so ist sie doch geflügelte ach gut da habe ich sie vor lauter niggi lauter weg gedrückt ja da ist ja die geflügelte schwerte konnte ich halt nicht beide ne mehr geht ne sieht aber auch nicht schlecht aus äh tal es mal in form einer erhobenen prothesen klinge aaaaaaah diese ära wurde rittern verliehen die an der seite von malenia der abgetrennten kämpften erhöht die kraft einer angriffsserie so hat das andere kennt man ja die schwingenden symbolisieren malenia und ihr unerreichtes können auch wenn sie nie von der verfluchten fäulnis befreit wurde mit der sie geboren wurde blieb ihr schwert immer wunderschön die nun gnadenlos so ist es konnte ich nur bestätigen ok dann will ich sagen ich cutte hier und ich muss noch gucken ob ich noch ein paar sachen finde ok ok dann machs wir bis denne so ist es 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 so ist es